Wenn es unaufgeregt geht, hat ein Land gerade in der Corona-Krise besonders bewiesen. Taiwan, als Nachbar von China mit engen wirtschaftlichen Beziehungen zur Volksrepublik, hat gezeigt, wie man mit klaren Strategien und einem kühlen Kopf auf die Gefahr des Coronavirus antworten kann. Allein das Messen der Körpertemperatur im Flughafen bei Einreise zeigt Wirkung. Es wäre wünschenswert, dass wir als internationale Gemeinschaft bei derartigen Situationen wieder mehr Kollegialität und Zusammenarbeit anstreben im Sinne der Gesundheit. Denn Viren kennen keine Grenzen.